so und willkommen zu einer weiteren folge battlefield 3 multiplayer wir sind gerade auf der karte großer bazaar mit dabei ist der promo cable hallo und sonst niemand was also ja blub ist ja nicht wieder da also wieder nicht da ja und deswegen wieder halt nur wir beide aber das passt schon das ganze ist wieder eroberungsmodus ich glaube eroberungsmodus haben wir sowieso am öftesten gemacht als zweck ist gar keine ich glaube ich nehme sowieso nicht den pionier sondern den den dingen ich mich gerade ein bisschen vertan eigentlich ich muss sagen die gegner sind gar nicht so einfach da muss in der vorherigen runde schon mal ordentlich abgezogen denn ich muss ja immer eine folge beziehungsweise eine eine runde vorher spielen damit ich direkt zu beginn der neuen runde die folge anfangen kann und da haben wir ordentlich versagt aber mal sehen ich gehe mal ganz kurz auf anpassen und panzer kann ich jetzt gar nicht gut 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 dann würde ich sagen nehme ich mal den medic jetzt brauchen wir bei dir auch wenn das eventuell nicht so klug ist hier in der ecke nice von der anderen seite kommt auch von beiden seiten das gibt es noch nicht einen habe ich gar keinen ja einen habe ich aber bin auch wieder tot jetzt versuch mich wieder zu beleben wenn du daran oder darauf lust hast jo ah nice nein wieder tot nice zwei ich bin auch tot oh man die ziehen muss ja ordentlich ab ey die mit den scheiß epic gieß ich bin nicht mal normal spielen boah ah verdammt was gut ist dass man hier die ganze zeit relativ oft wiederbelebt wird nein oh shit wir haben nur noch diesen einen punkt hier boah alter okay ich glaube hier lohnt es sich gar nicht wieder sich wieder beleben zu lassen Ich glaube, ich spaw mal am normalen Punkt. Um dann da zu versuchen, aufzuräumen. Nee, komm, ey. Das kannst du vergessen hier, ey. Wie die da rumhocken. 0 zu 3. Ähm. Naja, ich starte mal bei dir. Schau, dass der Panzer gerade nicht da ist. Jetzt könnten wir den nehmen. Was ist denn der überhaupt? Ich weiß nicht, der müsste eigentlich irgendwo hier rum rumfahren. Denn sind einige. Also wir hatten schon mal bessere Runden. Oh, ja. Da ist der Panzer. Da sind richtig viele dahinten. Meinst du da Richtung A? Von hier aus? Mhm. Ja. Alle nur Raketenwerfer. Ja, oder hier Dingens. 200 Kills schon mindestens mit der... ...Kanatwerfer, ey. Was ist denn der Typ gerade? Mann, Mann, Mann. Habe ich einen guten Server ausgesucht, oder? Oh, ja. Oh, ja. Danke. Kein Ding. Oh, das gibt's doch nicht. Warum verreck ich denn die ganze Zeit? Ich glaub, danach... Ich... Ich weiß gar nicht. Lohnt sich das überhaupt? Ich könnte danach eigentlich direkt die nächste Folge aufnehmen und dann hoffentlich irgendwie... ...weiß ich nicht. Große Fahrzeug-Map. Das ist, glaub ich, auch besser. Ah, na sicher. BMP-25. Ach, 2M, mein ich. Kills mit Panzer. 1400, ey. Ich mach doch grad ab. So, wo ist der Panzer? Da ist der Panzer. Dann wollen wir den Panzer mal zerstören. Nach Möglichkeit. Einmal getroffen haben wir. Zweimal getroffen. Ich weiß nicht, wie er sagt. Okay, das ist... ...etwas doof. Dabei sieht's... ...ich sag mal rangtechnisch... ...eigentlich ausgeglichen aus. Na ja. Scheiße. Der Spide hat uns jetzt anein. Er fliegt das mal zu groß. Die sind nämlich jetzt noch gekillt, ne? Hey! Schnapp dir das Medikin! Ja gut, die haben vielleicht ein bisschen mehr... ...mehr bessere dabei. Gut, jetzt haben wir Hausauf verloren. Ach, komm schon. Ach, Sven, ey. Komm doch raus. Wahrscheinlich kommt er jetzt raus, wenn ich nachlade. Ja, natürlich, ey. Boah. Das ist immer so. Ey. Wie aus dem Bilderbuch, ey. Ich überleg die ganze Zeit, soll ich jetzt nachladen? Dann kommt er doch eh. Dann warte ich lieber nochmal ganz kurz. Dann warte ich nochmal ganz kurz. Kommt doch nicht. Lade ich nach und genau dann kommt der, ey. Schieß mit seinem scheiß Raketenwerfer. Ach, kein Abwerfer. Da war der Gegner. Ah, scheiße. Mann. Bitte euch, ne? Ach. Oh, Mann. Okay, ich glaub, danach kann ich direkt nochmal eine neue Folge... ...oder, beziehungsweise, ich mach das, glaub ich, in einer Folge. Jetzt ist das, glaub ich, ein bisschen kurz. 41 zu 281. Das erinnert mich an die Runde, wo ich mit 800 Punkten verloren hab. Bei Metro. Das war super geil. Oh, ja, das war eine gute Runde. Ja, für dich, weil du im Gewinnerteam warst. Ah, 46. Äh, 56 zu 14 oder so. Ja, meine KD war anfangs richtig gut. Später dann nicht mehr. Später hatte ich dann recht ausgeglichen, ne? So, zwei gekriegt. Fiktorische Squad eliminiert ja, immerhin. Pennei. Das ist übrigens auch die G36C, die ich hier benutze. Sonst hatte ich ja immer die, äh, A91 dabei. Jetzt, wo ich die neue Wafferladex freigestaltet hab. Ich hab' ich ganz gern die. Und wir haben verloren. 20 zu 2, ey. So ein Lappen. So, anderen Server, ne? Ne, ich will jetzt direkt noch ne neue Folge aufnehmen. So, direkt auf dem gleichen, mein ich. Achso. Okay. Dann, dann muss ich jetzt nicht nochmal nen Server suchen, die Runde nochmal zu Ende spielen und so weiter. Okay. Naja. Das war ja nicht so gut. Kills pro Minute 0,6. Vielleicht kommt jetzt noch ne bessere Map. Ne große Map. Großer Bazaar find ich sowieso nicht mehr so geil. Die fand ich anfangs ganz gut, aber jetzt mittlerweile... Ne. Oder kommt jetzt einfach nur Seitentausch? Ne. Zum Glück. Die ist gut, die hatten wir glaube ich auch noch nicht. Oder? Ich glaub nicht, ne. Zumindest die einzige, wo es Nacht ist. Ist ganz geil. So, dann nehm ich mal wieder den Pio. Ich find die haben Rush-Modus, ganz geil. Ja, ich bin allgemein nicht so der Rush-Spieler. Ah, hier ist ein Panzer. Den will ich haben. Und ich hab schon wieder Thermal-Dings noch nicht drauf. Das gibt's noch nicht. Muss ich gleich unbedingt mal drauf machen. Na, komm, ich will den Panzer. Ich will den Panzer. Ich will den Panzer. Nein. Scheiße. Und er fällt damit drei von sechs Leuten weg, ey. Solche Spaß ist das sicher. Toll, jetzt sitze ich einfach nur stumpf drin, ey. Egal. Immerhin. Ich kann schön laufen. Ich kann schön im Auto sitzen. Warte mal, wo sind denn die? Die sind die oben? Da sind ein paar markiert worden, aber ich hab keinen Plan, wo die sind. Ich finde, man müsste irgendwie auf der Karte noch so ein bisschen darstellen, ob die Leute über einem sind oder unter einem sind oder so. Endlich wie bei GTA mit so einem Pfeil nach oben oder mit so einem Pfeil nach unten. Ich weiß nicht, ob es dann zu einfach wäre oder so, aber manchmal weiß man echt nicht, wo die sind. Oh, komm schon. So ein Spacken, ey. Kann ich mir verrecken? Oh, vom Sniper. Sieht wieder nicht so gut aus, ne? Ist ja genau das selbe Typ wie vorher, ne? Ja, trotzdem. Ja, na klar. Boah, wie ich schon wieder von hier vom Sniper abgeknallt werde, ey. Oder gesehen werde. Ja. Oder getötet werde. Boah, guck mal auf die Karte, ey. Wie viele da sind. Sechs Leute? Sieben Leute? Werden mal mehr. Prestige 22, ey. Dann sucht die. Aber D zu spawnen lohnt eigentlich auch nicht, weil da so viele sind. Das tut mir vertrieben, ey. Komm, es ist nur so vorder, sind die in der Überzahl? Bisschen. Eingemessert. Boah, ich schieße jetzt mit einem Raketenwäffer rein, ey. Wird zwar nicht besser als alle anderen, aber... Ja, klar. Ich komme da kurz eine Sekunde aus dem Loch, ey. Bin direkt tot. Ja, da haben wir uns dann einen guten Server ausgesucht, oder ich? Ja, du. Panzer. Panzer. Kalendier. Habe ich schon. Ha, sogar Panzer. Soll ich dich abholen? Gerne. Lass ihn. Ah, warte. Ja, repariere den. Ist der Typ da draußen tot? Oder der da drin war? Ja. Okay. Ich dachte, der wäre noch irgendwo außenrum oder so und ich repariere jetzt seinen Wagen. Das wäre ja scheiße. Nee, wenn du... Wenn da einer drin sitzt und du holst Reparationswerkzeug raus, dann kriegt er Minuspunkte. Ja, ja, das weiß ich. Nur hätte es sein können, dass er gerade selbst am Reparieren ist und draußen steht. Achso, ja, stimmt. Dann repariere ich ihn ja auch. Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Das ist jetzt so ein Schützen-Ding, ne? Ja. Oh, nice. Ja, Kopftreffer, nice. Oh, das Ding muss aber schon wieder repariert werden. Ich habe blöderweise keinen Zoom damit. Geh weh, geh ich mal ein bisschen weiter rein. Da sind ja überall welche. Scheiße. Ja. Mein Panzer ist schrotten. Willst du bei mir rein? Hier, ich bin hinter dir. Ich weiß noch nicht, wo die sind. Da. Ja. Hinten. Richtung A. Da. Nein, noch nicht. Spaß, dies. Der Dash. So sieht auch aus, ey. Gibt es noch? Bleib mal im Leben. Ah. Ich bin tot. Schon wieder von dem Dash. Achtung, wir haben einen feindlichen Schieb in eurem Gebiet gerichtet. Drückt mit äutster Vorsicht heute vor und immer. Hm. Ich glaube, ich nehme jetzt mal kurz Sniper. So, spawn ich. Ich spawn mal hier. Okay. Ich sehe ihn doch. Ich weiß nicht, wie hoch ich schießen muss. Jetzt hätte ich sogar schon hier angegriffen, ey. Das gibt's doch nicht. Die sind hier überall. Watza. Apropos. Ich muss mal ganz kurz. Umfeldscan, Thermaltar. Ja. Schon besser. Was bauen wir bei dir drin? Geht nicht. Ach. Dann spawn ich hier. Was mir. Was bringt. Oder? Ja. Jetzt kannst du es unten misspauen. Ja, jetzt bin ich schon gespauen. Ach, komm schon. Yes, hab ich einen. 183 Meter. Scheiße. Wieder Schrott. Da muss noch so eine Gate-Drohne. Okay, ist weg. Ist eigentlich auch kein richtiges Sniping hier. Eigentlich auch mehr drauf halten. Boah, da sind jetzt viele. Wo? Bei D. Bei D sind sowieso gerade alle, weil... Weil wir nur noch diesen Punkt haben. Da waren gerade ganz viele in einer Ecke. Na, komm raus. Wir haben B. Aber so wie ich das hier gerade mache, so war das beim Dingens auch. Was? Bei der Metro-Map, die wir letztens gezockt haben mit 0 zu 800. Da waren alle mal hinten und haben die ganze Zeit gesnipert und die hatten da halt so ein gutes Blickfeld, dass immer wenn irgendeiner um die Ecke gekommen ist, einfach nur gesnipert hat. Wenn dann da halt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Sniper in der Ecke liegen oder so. Ist halt auch relativ schnell tot. Ach so, sofort. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Habe ich ihn. Jo, und wieder verloren. Na egal, immerhin habe ich zuletzt nochmal ein paar Punkte mit dem Sniper gemacht, auch wenn ich das nicht so gerne mache. Wenigstens um die 7-7 nochmal auszugleichen. Okay, das waren ziemlich blöde Runden. Aber kann mal vorkommen, ne? Und dann würde ich sagen, wer ist das erstmal wieder für diese Folge? Schauen, was ich noch so freigeschaltet habe. Eigentlich nichts, aber dass ihr nochmal einen Überblick habt. Ihr seht auch, Sturmsoldat habe ich erstmal fertig. Habe ich nichts mehr zum Freischalten. Und, ähm, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschö. 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 Tschö.